Kapitel 17 Riesenjäger Theresa saß zappeln zwischen den Ravenclaws in der großen Halle und erntete diesmal einige ärgerliche Blicke von den Eigentümern. Schließlich saßen auch die Schüler und Schülerinnen aus Beaubaton mit am Tisch und es wurde langsam eng auf den Bänken. Aber eigentlich war es ihrer Meinung nach nicht eng genug, denn es fehlten einige wichtige Personen aus Teresas Leben. Weder Winona noch Tarsuin oder Merton hatten sich bisher blicken lassen und der Zeitpunkt der Auswahlzeremonie rückte immer näher. Schließlich wurde gerade das Dessert aufgetischt. Sag mal, sprach Theresa Luna an, hast du die drei gesehen? Es wird langsam Zeit. Sie musste noch dreimal fragen, ehe sie eine Antwort bekam. Ungezügeltes Temperament, seufzte das Mädchen geradezu und starrte fast ohne Liedschlag Richtung Lehrertisch. Was meinst du damit? Enttäuschung. Ja, aber was ist passiert? Zurückweisung und Unbeherrschtheit. Willst du mir nichts sagen oder kannst du nicht? Nicht genug gesicherte Informationen. Und was sagen die Gerüchte, war Theresa es langsam leid. Luna über ungesicherte Informationen reden zu hören, war schwer zu verkraften. Dass es einen Streit gab. Zwischen wem? Doch Luna antwortete nicht mehr, sondern starrte nur auf den Lehrertisch, auf dem gerade die letzten Teller verschwanden. Ich geh sie suchen, entschied sich Theresa widerwillig mit einem letzten Blick zum Feuerkelch und rannte aus der Halle. Wenn sie das heute verpasste, nur weil die drei sich gestritten hatten und jetzt schmolten, dann würden die aber was erleben. Glücklicherweise gab es zwei super Plätze, an denen Mädchen allein unglücklich sein konnten. Ein Mädchenklo oder das Labyrinth der gebrochenen Herzen. Da es zeitlich nicht machbar war, irgendjemanden im Labyrinth in so kurzer Zeit zu finden, es sei denn, man hatte Tiki bei sich, wandte sie sich als erstes den Klos zu. Schon das war so einfach nicht, schließlich gab es mehrere davon und alle nicht sonderlich nah beieinander. Sie musste ziemlich weit und schnell laufen. Darum keuchte sie laut und hätte so beinahe ein leises Wein im vierten Stock überhört. Jedoch nicht in einem Klo, sondern in einem der Klassenräume, was bei der Kühle im Schloss durchaus verständlich war. Es weinte sich am warmen Kamin sicher angenehmer. Vorsichtig schlich Theresa hin, öffnete die Tür einen Spalt und sperrte hinein. Immerhin konnte es auch jemand anders sein und da wollte sie sich nicht unbedingt einmischen. Aber sie entdeckte Winona, die weint ins Kaminfeuer starrte und nicht zu bemerken schien. Eine kleine Bitte, eine einzige kleine Bitte, murmelte Winona weinend. Theresa ging zu ihr und zunächst beschränkte sie sich einfach darauf, den Arm tröstend um das Mädchen zu legen und erst, als ihre Atemzüge ein wenig ruhiger geworden waren, wagte sie etwas zu sagen. Alles okay mit dir? fragte Theresa vorsichtig. Wenn ihre Freundin schon weinte, dann musste es wirklich böse sein. Mit roten Augen schaute Winona Theresa an. Ich hab mir, das Mädchen schniefte und wischte sich den Rotz sehr jungenhaft am Ärmel ab. Ich hab mir solche Mühe gegeben und dann sagt er trotz allem nein. Wer? fragte Theresa. Tarsuin? Ja, wie konnte er nur? Langsam schien ein wenig Zorn, die Verzweiflung wieder zu vertreiben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich auf mich genommen hab. Erzähl es mir, forderte Theresa sie vorsichtig auf. Na, zuerst hab ich Rika gefragt, dann warst mein ganzes Geld für das Kleid und ein Geschenk ausgegeben. Ich hab mir deine Erlaubnis eingeholt. Hier stutzte Theresa ein wenig, denn daran konnte sie sich überhaupt nicht erinnern. Dann zwei ältere Ravenclaws, die miteinander gehen, überredet uns einzuladen. Ich hab Tarsuin heimlich die Kleidermaße abgenommen, hab sie Rika geschickt, damit sie was passendes für ihn besorgt. Deshalb hat sie ja auch einen Teil seines Geldes von den Ferien einbehalten. Und zu guter Letzt hat Rika ihm einen Brief geschrieben, dass wir alle am ersten Feiertag zusammenkommen werden. Warum hat er nicht einfach ja gesagt? Ich weiß es auch nicht, gestand Theresa und fühlte ein Kloß im Hals, weil ihr nichts passendes dazu einfiel. Hör mal, er ist halt etwas seltsam und doch wie alle Jungs. Du weißt doch, wie sie sind. Holzköpfe, völlig unsensibel und... Falsch, unterbrach Mertens Stimme von der Tür, zu dessen Füßen eine verwundert reinschauende Tiki stand. Ich bin ein typischer unsensibler Holzkopf, aber ihr seid dumme Gänse ohne auch nur eine Spur Hirn. Das verstehst du nicht, pochte Winona ihn wütend an. Für einen Moment blitzte es zornig in Mertens Gesicht auf, doch dann schloss er beherrscht die Tür und wandte sich wieder den Mädchen zu. Vielleicht verstehe ich euch nicht, sagte er zornig. Du jammerst die ganze Zeit nur. Ich, ich, ich. Und verschwendest keinen Gedanken daran, dass Tarsuin gerade völlig außer sich und verzweifelt durch den Ravenclaw-Turm läuft und null Ahnung hat, was schiefgegangen ist. Das Einzige, was er versteht, ist, dass eine seiner beiden besten Freundinnen wütend auf ihn ist und vielleicht so schlimm, dass sie nichts mehr von ihm wissen will. Ich habe ihn noch niemals so panisch gesehen. Er ist gegen Wände gelaufen und beinahe die Treppe runtergefallen. Und warum? Weil du ihn völlig überfordert hast, Winona. Glaubst du wirklich, er wollte dich verletzen? Ist dir denn noch nie aufgefallen, dass er das, was du für ihn vielleicht empfindest, noch gar nicht verstehen, geschweige, denn er widern kann? Hast du denn nicht bemerkt, dass er uns allen körperlich ein oder zwei Jahre hinterher ist und das auch die sogenannten romantischen Gefühle betrifft? Du bist doch so schlau, Winona. Wie soll er begreifen, was du fühlst, wenn er es selbst noch nicht kann? Ich bin mir sicher, versuchte Winona etwas zu sagen. Vorunkelfluch mit Drachendung, fuhr Merton unbeirrt fort. Er hat keinen Schimmer davon. Wie auch? Wie soll er denn sehen, dass ihr euch verändert? Dass da etwas Interessantes unter euren Blusen zu erahnen ist und das auch an anderen Ecken allmählich rund werden? Was soll ihn denn neugierig machen und ihn so verwirren, dass er sich manchmal wie ein Idiot aufführt, so wie wir anderen Jungen? Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Ihr wisst doch genau, wie seine Träume aussehen. Ihr habt keine Ahnung, wie wichtig normale Träume für Jungs in unserem Alter sind. Wenn man plötzlich Mädchen in jeder Fantasie hat, die sich seltsam anfühlen, seltsame Dinge tun und sagen und man dann plötzlich mit einer nassen Hose aufwacht. Vielleicht habt ihr ähnliche Träume oder auch nicht. Aber ich sage euch, genau solche Träume braucht ein Junge, um erwachsen zu werden und langsam gewisse tiefergehende Gefühle zu entwickeln. Doch das ist Tarsuin verwehrt und deshalb versteht er dich nicht, Winona. Er hatte niemals vor, dich zu verletzen, während du dir wirklich Mühe gegeben hast, nur an dich zu denken. »Bist du fertig?« zischte Winona feindselig. »Ja.« »Dann werde ich dir mal was sagen. Ich weiß, dass er noch nicht so weit ist und deshalb hat Rika ihm ja geschrieben. Er war vorbereitet und wusste, Rika wäre keine Ausrede. Es war nur, um mir zu gefallen.« »Ach, eure hoheitliche Chefstrategin«, ätzte Merton Kuhl. »Hat er denn den Brief auch erhalten?« »Ich, für meinen Teil, kann mich nicht daran erinnern, dass er heute Morgen Post hatte. Du etwa?« Winonas Schultern sanken da vorne zusammen. »Nein«, flüsterte sie leise. »Aber ich bin mir sicher.« »Du hast eine Annahme zur Tatsache gemacht«, urteilte Merton, wobei sein Gesicht jedoch ein wenig weicher geworden war. »Der Tod eines jeden guten Plans. Kopf hoch. Onkel Merton bringt alles wieder in Ordnung.« Der Junge wandte sich zur Tür, war schon halb draußen, kam noch einmal zurück, schloss sogar die Tür und schaute die Mädchen ernst an. »Eins noch«, sagte er sehr toternst. »Solltet ihr jemals irgendjemandem auch nur andeuten, was ich euch eben gesagt habe, dann werdet ihr feststellen, dass Snape nur ein müder Abklatsch eines Sadisten ist. Ich hoffe, ihr habt verstanden.« Er war dann schon lange weg, als Theresa langsam begriff. »Ich habe das Gefühl, er hat uns gerade einen tiefen Einblick in die geistige und körperliche Entwicklung eines Jungen gegeben«, murmelte sie erstaunt. »Ich hätte darauf verzichten können«, kluckste Winona, was recht seltsam klang, da ihre Stimme noch immer auf Weinen ausgerichtet schien. »Und, willst du Tasi noch eine Chance geben?«, fragte Theresa mit einem vorsichtigen Seitenblick. »Ich meine, irgendwie hatte Merton ja schon recht, und wenn Tasi ihn wirklich nicht durch Rika vorgeworden war«, »er hätte trotzdem mir zuliebe Ja sagen können«, maute Winona, »aber es klang schon ein wenig einsichtiger.« »Macht er sicher jetzt.« »Das ist aber nicht dasselbe. Nur das Gleiche. Nun fang nicht mit Haarspaltereien an.« »Ich folge nur deinem Beispiel. Okay, es war wirklich nicht nett, von ihm Nein zu sagen. Aber damit hattest du doch auch gerechnet, sonst hättest du Rika nicht eingeweiht. Und, wie ich anmerken darf, nur sie.« Winona senkte verlegend den Blick. »Ich wollte dich nicht auf Ideen bringen«, flüsterte das Mädchen kaum hörbar und wurde dann ein wenig lauter. »Aber ich hab dich gefragt, und du hast gesagt, du würdest niemals mit Tasi ihn was anfangen.« »Ähm, ja«, langsam klingelte es bei Theresa auch an dieser Front. »Das hast du. Aber ein wenig deutlicher hättest du danach schon werden können, wenn du dich doch in Tarsuin verknallt hast.« »Hab ich gar nicht«, rief Winona laut und lief hochrot an. »Nicht wirklich.« »Nicht«, zum wiederholten Mal, heute war Theresa verwirrt. Langsam konnte sie Tarsuin verstehen. »Aber warum?« »Weil ich mir wünsche, dass er der Richtige ist«, gestand Winona. »Ich hab ihn ja gern, aber alle sagen, man würde spüren, wenn man so richtig, na du weißt schon, irgendein Kribbeln im Bauch.« »Warum willst du dann trotzdem mit ihm zum Ball?« »Um, naja, ich dachte, wenn ich ihn mal für mich alleine hätte.« »Du wolltest mich aus dem Weg haben«, staunte Theresa und wusste nicht, ob sie lachen oder sauer sein sollte. »Bitte was glaubst du, wie schwierig es mit einem Jungen ist? Und wenn du dann auch noch dabei bist, außerdem will ich gar nicht mit ihm reden, sondern nur schauen, ob da was ist.« »Warum gerade er?«, fragte Theresa. Sie konnte es nicht wirklich verstehen. Tarsuin war ein Freund, sicherlich der Beste und Treueste, den man sich wünschen konnte, aber kein Freund, also so ein richtiger Freund. Sie hatte schon genug heimliche und unheimliche richtige Küsse im Schloss gesehen und konnte sich Tarsuin da gar nicht vorstellen. »Ja, weil er witzig ist und ernst und immer zuhört, weiß, wann er weghören sollte, es aber nicht tut und immer für einen da ist, es sei denn, es geht auf einen Ball.« »Und das willst du aufgeben, nur weil er mal einen Fehler begangen hat«, erkundigte sich Theresa und zog Wanona energisch auf die Beine. »Komm schon, wenn er jetzt wirklich ja sagt, dann musst du das auch. Ich will nicht, dass du ihm auf ewig vorwirfst, eine Chance auf sowas Besonderes wie den Ball versiebt zu haben. Und außerdem würde es ihm jetzt auch wehtun, wenn plötzlich du dich sperrst. Denk nur an den sonst sinnlosen Aufwand. In einem Jahr passt du nicht mal mehr ins Kleid, so wie du inzwischen wächst.« »Ja, um das Kleid wäre es wirklich schade.« »Und ich will dich drin sehen«, verlangte Theresa. »Und wenn es nur ist, damit ich modisch nicht den gleichen Fehler begehe. Ich hoffe, du hast dich von einem richtigen Mädchen beraten lassen.« »Bettelst du um einen Fluch?«, erkundigte sich Wanona halb drohend. »Nein«, versicherte Theresa schnell und zwinkerte verschwörerisch. »Aber ich verpasse gerade eines der wichtigsten Ereignisse meiner Schulzeit wegen dir und das musst du irgendwie wieder gut machen.« »Hui«, fasste Wanona sich an die Stirn. »Das habe ich doch glatt vergessen. Die Wahl des Champions. Oh, verflucht, wir sollten schnell zu Tarsuin gehen«, befahl Theresa. »Du drückst dich nicht. Verstanden.« »Ja, Mami«, meckerte Wanona. Theresa ließ ihr das durchgehen, weil das Mädchen offensichtlich noch durch den Wind war und ihr Temperament nicht kontrollieren konnte. Sie beschloss, bei sich so etwas nicht zuzulassen. Etwas, was Tarsuin erschreckenderweise nicht geschafft hatte, als sie ihn gestern Abend getroffen hatten. Er war erschreckend ängstlich gewesen, hatte tausendmal versichert, dass er gern mit Wanona zum Ball gehen würde und dass er niemals abgelehnt hätte, wenn er gewusst hätte, was er jetzt wusste und, und, und seine Hände hatten gezittert. Theresa konnte nicht entscheiden, ob das auf Merton oder auf etwas anderes zurückzuführen war, aber zumindest brachte es Wanona wohl dazu, ihm zu verzeihen und sein »Ja« anzunehmen. Es war eine blöde Situation, doch zum Glück übertraf Harry Potter wieder mal alles und gab am Sonntag Unmengen unverfänglichen Gesprächsstoff. Dass der Gryffindor-Junge es geschafft hatte, sich ins Turnier zu mogeln, war Quell unzähliger Diskussionen und ebenso vieler Meinungen. Sie selbst fand, es war Betrug. Wynona auch. Tarsuin zuckte nur mit den Schultern und Merton war der Ansicht, dass wer Dumbledore austricksen konnte, auch clever genug für das Turnier war. Eine nicht sehr weit verbreitete Meinung. Das Schöne war, dass die fast allgemeine Anti-Stimmung gegen Harry Potter und für Cedric Diggory von den Hufflepuffs eine gemeinsame Basis mit ehemaligen Freunden schaffte. Plötzlich redete man wieder mit Alec und Cassandra, ohne sich erinnern zu können, wie es dazu kam. Natürlich war es noch weit von Normalität entfernt, jedoch gingen die beiden Ravenclaws Tarsuin nicht mehr aus dem Weg. Selbst Theresa hatte im Moment kaum Anfeindungen hinzunehmen. Da sie auch gegen Potters Teilnahme am Turnier war, ließ man sie noch mehr in Ruhe als inzwischen üblich. Sie konnte sich im Slytherin-Kerker fast wie die zu Hause fühlen und die wöchentliche Nachhilfe, inklusive Tee und Kekse, tat ihr Übriges. Da sie die Einzige war, die den Weg zur Küche kannte und jetzt auch noch dank Lupin und Tarsuin ohne anklopfen zu müssen, war sie ein wenig der heimliche Star der Nachmittage. Besonders bei Crabbe und Goyle, die noch nie eine Feder während der Nachhilfe angerührt hatten. Man konnte fast glauben, sie könnten gar nicht schreiben. Aber sie zahlten und machten keinen Ärger, auch wenn sie mehr fraßen als aßen. Theresa hatte sich angewöhnt, für die beiden immer Speisen mit einem extrem hohen Zucker- und Fettgehalt zu holen. So sicherte sie sich schon jetzt einen Vorteil für die Zukunft, falls sie mal wieder akut mit Malfoy zusammenrasselte. Je dicker die beiden waren, desto langsamer würden sie dann sein und irgendwann, möglichst früh, winkte ihnen schon der Herzinfarkt entgegen. Zum Glück war Malfoy im Übrigen gerade in Hochstimmung. Während viele Slytherins sich über Potters Teilnahme ärgerten, schien der Junge begeistert durch die Hoffnung, der Gryffindor könnte im Turnier draufgehen. Er malte sich das immer wieder aus und bewies dabei eine solche Fantasielosigkeit, dass Theresa einige Male nur heimlich mit dem Kopf schüttelte. Dumbledore würde bestimmt kein Gladiatorenkampf krumm gegen Potter zulassen und ganz sicher auch keine Todesflüche. Wie schwachsinnig musste man sein, um so etwas ernsthaft zu erhoffen. Kiri, sagte die unfreundliche Stimme von Regina Koslow und noch einmal. Kiri, als Theresa nicht reagierte. »Du sollst zu Professor Snape in sein Büro. Sofort!« Langsam sah Theresa auf. »Danke«, sagte sie und lächelte falsch. »Du machst dich wirklich hervorragend als Botin.« Regina wandte sich mit einem beleidigten Laut ab, erwiderte jedoch nichts Boshaftes. »Ist die krank?«, wunderte sich Miriam. »Mach mir keine Hoffnungen«, grinste Theresa und erhob sich. »Es wäre dumm gewesen, den Professor warten zu lassen. Doch sie kam nicht weit.« »Psst, Theresa«, erklang eine bekannte Stimme aus einem Seitengang. Sie war ein wenig verwirrt und erst jetzt stellte sie fest, dass es da unnatürlich dunkel war. »Lumos«, sagte sie, nachdem sie ihren Zauberstab gezogen hatte. Sie war sicher nicht so dumm, einfach so ins Dunkle zu gehen. Geblendet von dem Licht zog ihr Stiefbruder Risterat wie eine Kakerlake zurück. Seine Augen waren wohl zu sehr an die magische Dunkelheit gewöhnt gewesen. »Bitte«, sagte der Junge und ging noch weiter zurück. »Das mit Snape war nur ein Vorwand, um dich mal unbeobachtet zu sprechen. Und mach das Licht aus.« Dabei deutete er tiefer in den Gang. Zunächst hielt Theresa das für eine extrem dumme Idee, vor allem weil Risterat das Talent für Geistbeeinflussungen von seinem Vater geerbt hatte. Doch dann dachte sie an Tarsuins Geständnis und die Bitte ihres Stiefbruders, auf sie aufzupassen. »Okay«, sagte sie deshalb und winkte mit ihrem Zauberstab, auf das er voranging. Sie ließ ihren Lichtzauber erlöschen. Er führte sie ein wenig weiter in den Gang und dann in einen kleinen Raum, dessen ehemalige Bestimmung einfach nicht mehr zu ergründen war. Jetzt schien er nur ein Lager für Fusseln und Staub zu sein. »Und?«, fragte Theresa und war noch immer furchtbar angespannt. Fast erwartete sie, dass die Wände sich zu bewegen begannen. »Ich muss dich einfach sprechen«, wiederholte Risterat das Offensichtliche. Sie war erstaunt, wie erwachsen er doch aussah und wie unsicher er trotzdem schien. Er machte eine fahrige Geste, von der man nicht wusste, was sie bedeuten sollte. »Ich wollte dich warnen. Geh besser nicht nach Hogsmeade.« Für einen Moment glaubte Theresa, dass Risterat von ihren kleinen Ausflügen wusste, doch dann fuhr ihr Bruder schon fort. »Mutter hat sich erkundigt, wann unser erstes Hogsmeade-Wochenende ist, und sie hat dabei nur mich gefragt und nicht Aiden.« »Ich glaube, sie will da sein und dich abfangen, um mit dir zu reden oder irgendetwas anderes.« »Willst du damit andeuten, sie würde mir was tun?«, fragte Theresa. »Mitten in Hogsmeade, zwischen all den Leuten.« »Nein, nein«, schüttelte ihr Stiefbruder entschieden den Kopf. »So dumm ist sie nicht. Aber seit dem Sommer ist sie in einer ganz seltsamen Stimmung. Sie hat sogar dein Bild verbrannt, welches trotz allem noch auf dem Kaminsim stand. Und dann, naja, sie wirkte irgendwie getrieben, so als würde ihr die Zeit ausgehen.« »Du meinst, sie stirbt?« »Nein, nur scheint sie von irgendetwas riesiger Angst zu haben. Ich kann dir sagen, sie hat Aiden und mich in den Ferien getrillt. Als würden wir Aura werden wollen.« »Hat sie euch gesagt, warum?« erkundigte sich Theresa neugierig. »Aiden hat mal gewagt zu fragen,« erklärte Risterat mit einem fast ängstlichen Gesichtsausdruck. »Aber das war keine gute Idee.« Mutter sprach von fast bereit sein, schrie uns an, wie schlecht wir wären, und die folgende Stunde war dann recht schmerzhaft. Das Schlimmste war aber, dass sie am nächsten Tag anscheinend Gewissensbisse hatte und uns Karten fürs WM-Finale schenkte. So was habe ich bei ihr noch nie erlebt.« »Stimmt, ein Gewissen hätte ich bei ihr auch nicht vermutet,« ätzte Theresa und war verwundert, als Risterat zustimmt nickte. »Selbst Vater scheint in letzter Zeit ein wenig genervt,« entgegnete er. »Er versteht nicht, warum sie so auf dich fixiert ist. Mutter dreht jedes Mal durch, wenn dein Name fällt.« »War das der Grund, warum du Tarsuin darum gebeten hast, auf mich aufzupassen?« fragte Theresa vorsichtig. »Ein wenig, aber auch wegen der Sommersache. Hat dein Spielgefährte das nicht erwähnt?« »Erst vor kurzem.« »Naja, kann ich ihm nicht verübeln. Wir haben uns nicht sonderlich nett unterhalten.« »Ach,« runzelte Theresa die Stirn. »Das hat er gar nicht erwähnt. Er sagte nur, du hättest dich auch wegen einem verlorenen Sommer gewundert.« »Mehr nicht? Äh, erstaunlich für ein Bettel.« »Bei nahe hätte Risterat das Falsche gesagt, doch er war offensichtlich intelligent genug, diesen Fehler nicht zu machen.« »Erstaunlich für jemanden, der uns nicht mag.« »Uns?« »Uns, Devians.« »Ja, ihr, Devians, hättet das sicher irgendwie verwendet, statt einfach die Klappe zu halten.« »Mag sein. Deshalb sind wir auch die Erfolgreicheren.« »Naja, aber darum geht es nicht.« »Vielleicht geht es genau darum,« beharrte Theresa. »Nein. Wichtig ist nur, dass Mutter austickt und dass du ihr Ziel bist. Wenn Dad sie nicht daran hindern kann, wird sie versuchen, dich in Hogsmeade abzufangen. Und falls du sie reizt, besuchen wir sie demnächst im Gefängnis.« »Und wenn das passiert, tickt auch noch Aiden aus, den du eh mit irgendwelchen Geschichten geärgert hast.« »Ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt.« »Und die wäre?« »Dass seine Zauberkraft gestohlen ist. Zuerst von Tarsuin und später dann von jemand anderem.« Für einen Augenblick starrte Risterat Theresa zweifelnd an und sie hätte sich ohrfeigen können, weil sie ihm dieses Geheimnis anvertraut hatte. »Gib mir einen Moment, das zu begreifen,« sagte er dann plötzlich ernst, statt sie auszulachen. »Willst du damit sagen, man kann Zauberkraft von einer Person nehmen und sie auf jemand anderen übertragen?« »Nicht nur Zauberkraft,« erklärte Theresa. »Jetzt war ihr die Geheimhaltung völlig egal. Verletzungen, Körperteile, Wahnsinn und sogar Augen.« »Mehr oder weniger, also alles?« »So in etwa.« »Das ist ein starkes Zauberkraut,« murmelte Risterat. »Glaub es ruhig,« versicherte Theresa. »Ist es nicht seltsam? Am Ende meines ersten Jahres gibt es eine Explosion zwischen Tarsuin und Aiden. Kurz danach kann der Mogel plötzlich zaubern, während dein Urlaub nur eine magische Erinnerung ist. Und zu unserer aller Verwunderung hat Aiden danach echtes Talent, Magie zu kontrollieren, wo doch vorher alles ein wenig wild durcheinander bei ihm zuging.« Immer noch schaute Risterat sie seltsam ernst an. Was Theresa besonders erstaunte war jedoch, dass kaum Zweifel in seiner Miene zu sehen war. Das und der Versuch eines Oberlippenbartes. Du hast da Dreck im Gesicht, konnte sie sich nicht verkneifen und strich über ihre Oberlippe. Er brauchte einen Moment, um den Themenwechsel zu begreifen. »Aha«, entgegnete er lahm. »Das war ein Witz zur falschen Zeit.« »Du glaubst mir doch eh nicht«, behauptete Theresa, wobei es nur um die Antwort ging. »Ich bin dem näher, als du vielleicht vermutest«, widersprach er. »Es würde einiges erklären, egal wie verrückt es im ersten Moment klingt.« »Es ist nichts, was man groß in der Öffentlichkeit breittreten sollte«, versuchte Theresa ihr loses Mundwerk zu korrigieren. »Auch wenn die Gesetze von Professor Dumbledore schon unter Dach und Fach waren, so musste es ja trotzdem nicht im Tagespropheten stehen.« »Ich hab nicht vor, es herumzuerzählen. Denn entweder schwimmt man nachher aufgebläht in der Temse oder wird in St. Mungus eingeliefert. Je nachdem, wie wahr es ist und ob jemand einem glaubt.« »Die wenigsten glauben daran«, versicherte Theresa. »Nicht einmal Aiden.« Die Warnung Risterats beschäftigte Theresa die gesamte kommende Woche. Sie brachte es nicht über sich, Winona oder Tarsuin etwas davon zu erzählen, weil die beiden immer noch ein wenig auf Eiern miteinander tanzten. Und das war nicht nur eine Floskel, wie sich am folgenden Wochenende herausstellte. Es war Sonntag und Theresa hatte ihre Nachhilfestunde schon hinter sich gebracht. Eigentlich war sie mit Winona und Tarsuin zum Fliegen verabredet, doch die beiden waren noch nicht aufgetaucht. Natürlich konnte sie auch allein ein paar Runden drehen, aber das war schon nach wenigen Minuten langweilig. Immer wieder reckte sie den Hals und lugte zum Schloss. Sie saß ganz oben auf der Tribüne des Quidditch-Stadions, welches dieses Jahr einsam und verlassen da lag. Sonst war jeder freie Termin mit dem Training der Hausmannschaften belegt gewesen. Doch jetzt schien Filch obendrein das Rasenmähen eingestellt zu haben. Alles wirkte ein wenig ungepflegt und einsam, vielleicht sogar melancholisch. Sie schaute zum wiederholten Male auf und zunächst glaubte sie, Tarsuin näher kommen zu sehen, doch dann fiel ihr auf, dass die Schritte des Neuankömmlings viel zu schnell und sichert waren. Sekunden später erkannte sie Merton mit seinem Schleichbesen. Er wirkte ein wenig außer Atem und trotzdem, als sie sich im Stadion umsah und Theresa erblickte, rannte er auch noch die Stufen zu ihr hinauf. Schnell, gibst du mir ein Alibi? fragte er keuchend. Solange du keinen umgebracht hast, stimmte sie vorsichtig zu. Nein, aber Filch wird, wenn du mir nicht hilfst. Schnell. Na klar doch. Dann lass uns fliegen und wenn jemand fragt, wir machen das seit einer halben Stunde, okay? Wenn du meinst. Sie schwangen sich auf die Besen und schon im Losfliegen sah sie den unbeliebten Hausmeister relativ ziellos über das Gelände hasten. Er schien etwas zu suchen und konzentrierte sich dabei sehr auf die Außenmauer. Ein ungutes Gefühl beschlicht Theresa, denn dort ungefähr befand sich ihr geheime Ausgang nach Hogsmeade. Zum Glück schien Filch nichts zu finden, obwohl er mit den Fingern die Wand abtastete. Ohne den Passwortsatz ging das ja auch nicht. War Merton, etwas so dumm gewesen, am helllichten Tag die Öffnung zu benutzen? Leider ließ es Filch mit seiner ergebnislosen Untersuchung nicht bewenden. Einige Minuten später kam er mit Mrs. Norris ins Stadion und winkte und rief laut nach oben. Zunächst taten Merton und Theresa im stummen Einverständnis so, als hätten sie ihn nicht gehört. Doch das funktionierte natürlich nicht ewig. Ihr da, brüllte Filch nach oben, als wären sie seine Todfeinde. Habt ihr was gesehen? So einiges, entgegnete Merton unheimlich selbstbewusst und hinunter zum Hausmeister. Unzählige Wolken, das Stadion, das Schloss von... Habt ihr jemanden hierherumschleichen sehen? fuhr Filch den Jungen an, während Theresa sich den beiden mit Unschuldsmine anschloss. Jemand verdächtigen, so wie dich, Philips. Wie lange fliegst du überhaupt hier schon rum? Wir sind hier seit gut einer Stunde, Mr. Filch, erklärte Theresa. Soll uns denn etwas Bestimmtes aufgefallen sein? Sie konnte sehen, wie Philips kleine böse Euklein kurz ihr Slytherin-Abzeichen streiften. Der Hausmeister fielte sich oft so, als würde er in ihr Haus gehören. Es war kein Geheimnis, dass Übeltäter aus anderen Häusern seltsamerweise bevorzugt in Snapes Büro zur Bestrafung landeten. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass die Strafen von Teresas Hauslehrer die gemeinsten waren. Zwei Gryffindors, mittelgroß und klein. Man hat sie im Dorf auf dem Weg hoch zum Schloss gesehen und wenig später plötzlich hinter der Mauer des Geländes. Und sie sind ganz sicher nicht durchs Tor gekommen. Also, ich hab einige Schüler gesehen, tat Theresa so, als versuche sie zu helfen. Aber von hier aus kann ich wirklich nicht sagen, ob es Gryffindors waren. Waren es zwei? Ähm, sie tat, als würde sie angestrengt nachdenken. Zwei? Naja, da waren zwei. Aber ich denke, die waren nicht mit Regelbrechern, sondern eher mit sich selbst beschäftigt. Wo? fragte Filch und seine Augen funkelten freudig und böse. Ich glaub, sie sind Richtung Gewächshäuser verschwunden. Aber so richtig hab ich darauf nicht geachtet. Hm, die Gewächshäuser, richtig, murmelte Filch. Da, wo es auch jetzt hübsch warm ist. Ja, ja, so muss es sein. Komm, meine Süße, eilen wir. Ohne Theresa und Merton weiter zu beachten, zog der Hausmeister mit Mrs. Norris von Dunn. Wobei erwähnt werden musste, dass zumindest die Katze noch einen misstrauischen Blick zurückwarf. Ich hoffe, du hast nicht wirklich gerade ein Pärchen ans Messer geliefert, sagte Merton und sah dabei nicht so aus, als würde ihm das Gewissensbisse verursachen. Es gibt bessere Orte als das Gewächshaus, um sich zu verstecken. Da hast du auch wieder recht. Die Privatsphäre ist nicht sonderlich gewahrt, wenn die Wände aus Glas bestehen. Danke, dass du so gut für mich gelogen hast. Dafür verrätst du mir aber auch, warum um Merlins Willen du am helllichten Tag die geheime Öffnung benutzt hast. Na, so hell ist es nun auch nicht, antwortete Merton und deutete in den wolkenverhangenen Himmel. Lenk nicht ab. Okay, okay. Ich wollte das nicht, aber meine Schwester hat mich dazu gezwungen. Wie soll denn das gehen, zweifelte Theresa. Ganz einfach. Als wir meine Schulbücher im Sommer gekauft haben, war dieses kleine Teufelsbrot mit, um alles schon mal kennenzulernen und hat sich dabei heimlich Flohpulver zugekauft. Heute hat sie dann meine Eltern erzählt, sie würde zum Geburtstag einer Freundin gehen und auch übernachten. Als nächstes hat sie bei der Freundin abgesagt, weil sie krank wäre und ist nach Hogsmeade gereist, hat dort eine Eule genommen und mir einen Brief geschickt, dass ich sie abholen soll. Ich hoffe, du hast sie sofort nach Hause verfrachtet. Ähm. Zum ersten Mal bei der Erzählung schien Merton verlegen. Wollte ich eigentlich. Aber ich kann ihr nichts abschlagen. Ihr nicht. Sie macht mich immer so stolz und ich bin ihr Held und naja, es tut schon mal gut, so gesehen zu werden. Und dann hast du ihr Hogsmeade gezeigt. Ja, das auch, murmelte Merton leise und sein Grinsen war wieder so verwegen wie immer. Auch? Fragte Theresa nach und sie ahnte schon die Antwort. Natürlich, sie war ja hier, weil sie unbedingt mal das Schloss sehen wollte. Doch nicht etwa, schnappte sie entsetzt. Auch von innen, zwinkerte Merton. Das hat sicher vorher noch keiner gemacht, denkst du nicht? Dafür hätten sie dich rausschmeißen können. Jetzt war Theresa fast wütend. Und deine Schwester auch. Ich meine, sie fliegt, bevor sie hier anfangen kann. Ach, so schlimm. Das ist verdammt nochmal richtig schlimm, Merton, schimpfte sie. Hogsmeade wäre okay gewesen. Vielleicht auch einen fernen Blick aufs Schloss oder eine kleine Runde mit dem Besen. Aber das zu riskieren war dämlich, dämlich, dämlich. Was regst du dich denn so auf? War Mertens Freude über seinen geglückten Regelbruch umgehend verflogen. Ist doch nicht dein Hals. Was nicht bedeutet, dass es deine Freunde nicht stören würde, wenn du fliegst, fuhr sie ihn an. Verdammt, ich hab schon wenig echte Freunde hier. Und wegen so einer dummen Aktion will ich keinen verlieren. Zur Abwechslung, bis heute bist du mal der Idiot. Und deine Schwester sollte man die Ohren langziehen und dir klar machen, wie schlimm das für dich und sie hätte enden können. Es würde dich treffen, wenn sie mich rauswerfen, fragte Merton erstaunt. Ja, was denkst du denn? Dass wir nur aus Mitleid gern mit dir reden? Naja, meist bin ich ja außen vor, gestand der Junge. Aber nur, weil wir es mögen, wenn du guter Stimmung bist. Weil es uns und vor allem Tasuin hilft. Du bist immer lustig, hast tolle Ideen und hast eine gute Stinkbombe für jeden, der uns ärgert. Glaub mir, als wir bei den Dementoren eingesperrt waren, hab ich neben einigen anderen Dingen immer geglaubt, ich würde nie nach Hogwarts zurückkehren und einen Haufen Gesichter nicht wiedersehen. Deins war eines von denen, die ich sehr vermisst hätte. Ehrlich, murmelte Merton leise und war ein wenig rot geworden. Doch dann ging ein Schaudern durch ihn und ein sarkastisches Lächeln, gemischt mit einem gerüttelten Maß an Furcht, zuckte über sein Gesicht. Euch hatten Dementoren eingesperrt? Ich sollte lernen, die Klappe zu halten, wenn ich wütend bin, murmelte Theresa und wich ein Stück von ihm zurück. Los, erzähl, drängte Merton. Das geht nicht, schüttelte Theresa den Kopf. Sonst bekommt Tasuin Ärger mit dem Ministerium. Also war er auch dabei, forschte Merton und drängte Theresa noch weiter in die Defensive. Ich meine es ernst, Merton. Tasuin und die Dementoren fuhr der Junge leise und mit dem Blick einer Kobra fort. Eine seltsame Geschichte, nicht? So, als würde eine Verbindung zwischen ihnen bestehen. Obwohl, wenn ich an unser Zugabteil denke, würde ich das eher als Gegenteil vermuten. Eine Art Feindschaft. Theresa biss sich verzweifelt auf die Lippen. Könnte es dies sein, was ihn wieder normal gemacht hat? Die Feindschaft und die Sorge um euch? Schließlich hat er dich ja damals auch beschützt, indem er Regina und die anderen blau gezaubert hat. Hör bitte auf! Ha, ich bin also auf der richtigen Spur. Ich hätt's dir gleich einen Fluch auf den Hals, drohte Theresa und meinte es durchaus ernst. Es kann uns wirklich in Schwierigkeiten bringen. Ist ja schon gut, gab Merton endlich nach. Aber dies ist wie letztes Jahr mit Tasuin. Ewig könnt ihr es nicht vor mir verbergen. Können wir bitte das Thema wechseln? Gut, schlag eins vor. Wo sind Wynona und Tasuin? Sie wollten sich mit mir hier treffen. Ach die! Ein verschmitztes, wissendes Lächeln kehrte auf Mertens Lippen zurück. Was ist mit ihnen? Merton murmelte etwas, was verdächtig nach Tanzen klang. Wie bitte? fragte sie. Sie tanzen, sagte er nun noch ein wenig lauter. Seit heute Vormittag. Warum? Weil die beiden Verbrecher, die, die ihnen die Einladung zum Ball schenken, sich nicht blamieren wollen. Und was dauert da so lange? Wirst du gleich sehen, darauf wette ich, lachte Merton und deutete auf zwei Neuankömmlinge. Na, wie ist es diesmal gelaufen? rief er ihnen schon von Weitem zu. Halt die Klappe! schnappte Wynona unleidlich. Das Mädchen war offensichtlich mieser Stimmung. Tasuin hingegen wirkte so neutral, dass es nur gespielt sein konnte. Im Gegensatz zu ihr schien er gut drauf zu sein. Zumindest federte er immer leicht mit den Füßen. Ach, so schlimm also, ärgerte Merton sie weiter. Das tut mir aber leid. Tanzen ist nun mal nicht jedem in die Wiege gelegt. Es liegt nicht an mir, wenn Morag keinerlei Rhythmusgefühl hat, sprang Wynona auf die Provokation an. Natürlich, natürlich, pflichtete Merton ihr geradezu väterlich bei. Ich bin mir sicher, genau das wird es sein. Hinter Wynonas Rücken schüttelte Tasuin ganz leicht den Kopf und sein rechter Mundwinkel zuckte verräterisch kurz nach oben. Das war für Theresa ein Rätsel, wie Merton es schaffte, dies zu sehen, ohne auch nur einmal die Augen von Wynona zu nehmen. Außerdem, fluchte Wynona weiter, sind Walzer doof. Man dreht sich doppelt im Kreis und immer in die gleiche Richtung. Meist mehr als drei Minuten lang. Ich war schon froh, dass mein Essen bei mir behalten zu können. Diesmal huschte Tasuin ein eindeutiges Grinsen über die Lippen. Und weil Theresa selbst auch nicht ernst bleiben konnte, wurde Wynona aufmerksam, drehte sich überraschend schnell um, nur um ein völlig nichtssagendes Tasuin-Gesicht präsentiert zu bekommen. Du schneidest mir doch nicht etwa Krimassen hinter meinen Rücken, Tasuin? verlangte sie zu wissen. Nein, entgegnete der Angesprochene unberührt. Und, wie ist das bei dir gelaufen, Tasuin? fragte Merton. Ganz gut, denke ich. Lisa ist eine viel bessere Tänzerin als... äh, als Morag. Gerade nochmal die Kurve bekommen, dachte Theresa bei sich und unterdrückte ein Lächeln. Das stimmt, meinte Wynona. Sein ewiges, wiege dich in der Musik, geht mir tierisch auf den Nerv. Genau genommen, sagte er immer, wiege dich in der Musik und lass dich von mir führen, korrigierte Tasuin, und jetzt strahlte er übers ganze Gesicht. Ich verstehe, lachte Merton. Du konntest dich nicht einem Jungen unterordnen. Ich sehe nur nicht ein, dass immer der Junge führen soll, vor allem, wenn er solche Klumpfüße hat wie Morag, verteidigte sich Wynona. Also, er und Lisa tanzen sehr gut miteinander, stichelte Tasuin, und zu Teresas Überraschung bis Tiki ihm dafür kurz ins Ohrläppchen. Die beiden sind aber auch schon seit zwei Jahren zusammen im Tanzclub, meckerte Wynona. Und dann ist er noch so schlecht, heuchelte Merton mit Leid. Ist ja entsetzlich. Ach, lass sie in Ruhe, versuchte Tasuin ernst zu sein und versagte kläglich. Wynona ist mit Morag zusammen nicht gut, aber wenn wir tanzen, geht es umso besser. Schließlich muss sie mich herführen, und ich bin es gewohnt. Deshalb klappt es wohl auch bei dir und Lisa so gut, fragte Teresa neugierig. Kann sein, es ist fast so, als würde Rika mir neue Bewegungen beibringen, nur dass Lisa halt vor mir steht. Sehr eng wohlgemerkt, versuchte nun Wynona ihrerseits bei den Frotzeleien ein wenig Boden gut zu machen. Du Glückspilz, meinte Merton jedoch und schlug Tasuin freundschaftlich auf die Schulter. Lisa ist echt hübsch und gut gebaut. Ähm, ja, stammelte Tasuin. Sein Lächeln war nun ein wenig gezwungen und seine Ohren glühten rot. Er sah wirklich knuffig aus. So ein wenig Verlegenheit stand ihm gar nicht mal so übel. Können wir nicht endlich ein wenig fliegen, bat Wynona. Ich denke, ihr hattet jetzt genug Spaß. Dies beendete die kleine Inquisition zunächst, doch blieben Tasuins und Wynonas Tanzstunden ein steter Quäl schöner Leckereien, die auch von anderen im Hause Ravenclaw gepflegt wurden. Der November ging langsam dahin. Zuerst stand das offizielle Hogwarts-Wochenende auf dem Plan und dann, eine Woche später, die erste Aufgabe des Trimagischen Turniers. Und während sie sich auf letzteres vorbehaltlos freute, machte Theresa ersteres richtig Angst. So viel Angst, dass sie schon im Schloss bleiben wollte. Leider war diese Entscheidung nicht ohne Erklärung durchsetzbar. Was? Deine ehemalige, tausendmal verfluchte und absolut wahnsinnige Stiefmutter will auftauchen? fauchte Winona. Die soll nur kommen. Sie hat Riesen gejagt, gab Theresa vorsichtig zu bedenken. Ich denke, sie würde mit uns den Boden auffischen, wenn sie es will. Dann holen wir halt Professor Flitwick dazu. Ich bin mir sicher, bei deinem Patenonkel wagt, die Schickse keine Trickse. Theresa war gleichzeitig amüsiert, verlegen und dankbar. Sie hatte nicht daran gedacht, Filius etwas zu sagen und das war ihr ein wenig peinlich. Auf der anderen Seite wollte sie aber nicht jedes Mal, wenn ihre beknackte Stiefmutter von sich hören ließ, zu den Erwachsenen laufen und im Mittelpunkt stehen. Sie fürchtete, irgendwann würde wer davon erfahren und wenn dann jemand anders als Winona über ihre Stiefmutter herzog, das Mädchen hatte sich das Recht dazu redlich verdient, würde sich Theresa schämen. Ich denke nicht, dass wir den Professor brauchen, sagte Tarsuin und die Worte kamen Theresa sehr gelegen. Solange wir unter Menschen bleiben, kann sie nicht viel tun. Du weißt immer noch nicht, was mit Hexerei alles möglich ist, schüttelte Winona den Kopf. Aber ich glaube auch nicht, dass sie uns angreifen wird. Es ist trotzdem besser, ich gehe nicht mit, sagte Theresa. Warum ist provozieren? Weil man sich nicht einschüchtern lassen darf, fand Tarsuin. Außerdem will sie etwas und das ist ganz sicher nicht die Feindschaft von unseren Familien und Professor Dumbledore. Wir sind ihre Feinde, korrigierte Winona. Feindschaft und Abneigung sind zwei verschiedene Dinge, meinte Tarsuin. Und wo liegt der Unterschied? fragte Winona. In der Gewaltbereitschaft, mischte sich eine erwachsene Stimme ein. Aus dem Dunkel einer Tür trat Professor Modi in den Hof vor dem Tor, in dem schon eine Menge Schüler auf ihrem Hocksmedausflug warteten. Winona, Tarsuin und sie hatten ein wenig abseits gestanden und sicher nicht sonderlich laut gesprochen. Dass der Professor mehr sah, als ein ungezogener Schüler sich wünschte, war ja allgemein bekannt, aber dass sein Gehör auch noch mithalten konnte. Was wärst du bereit zu tun, McNamara? Was nötig ist, entgegnete der Junge kühl. Auch wenn es falsch ist, fragte Moody lauernd. Theresa fühlte sich sehr unangenehm beobachtet, denn während das normale Auge Moody's fest auf den Jungen blickte, rotierte das Magische im Uhrzeigersinn und nahm so die gesamte Umgebung in sich auf. War es für sie jemals nötig, etwas Falsches zu tun, verweigerte Tarsuin offensichtlich die Antwort. Im Nachhinein betrachtet gab es sicher viele Dinge, die ich hätte anders machen können oder müssen, gestand der Lehrer ernst ein. Aber nachher sind wir immer klüger. Dann fixierten sich plötzlich beide Augen auf Theresa. Mach dir keine Sorgen, Kiri. Ich werde in Hogsmeade sein und ein Auge auf dich haben. Jemanden wie deine Mutter sollte man immer ein wenig unter Beobachtung halten. Sie kennen meine Stiefmutter, Professor, war Theresa erstaunt. Nicht persönlich, aber ich habe viel von ihr gehört. Es hieß, ihr Hass auf Riesen war geradezu krankhaft. Wären wir nicht anderweitig beschäftigt gewesen, hätte man ihr sicher das Handwerk gelegt. So aber gab es Wichtigeres und das hat sie ausgenutzt. Naja, anscheinend wusste sie wenigstens frühzeitig, wann sie aufhören musste. Theresa war kurz davor, dem Professor zu gestehen, dass ihre Stiefmutter daran gedachte, ihr Hobby wieder aufzunehmen, aber dann ließ sie es bleiben. Noch war ja nichts passiert und in einer kleinen Ecke ihres Verstandes gab sie auch zu, dass sie ohne die Frau schon längst tot wäre. Es ist gut, dass sie aufgehört hat, bevor sie Ärger mit dem Ministerium bekam, sagte Theresa stattdessen. Bist du dir da sicher oder ist sie nur vorsichtiger geworden? Erkundigte sich Moody leise, doch sehr ernst. Es ist schon schwer genug, Kinder zu ändern. Was glaubst du, wie schwer es bei Erwachsenen ist? Und ohne ein weiteres Wort umfüllte der Lehrer davon. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt sicherer fühle, murmelte Winona. Jedes Mal, wenn er mich anschaut, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Allein der Gedanke, was für grausame Sachen er erlebt haben muss. Brrrr. Und dann die Narben, lichtete Theresa ihr bei. Kommst du nun mit? fragte Tarso ihn. Immerhin haben wir jetzt den Ruf und das Auge von Mad-Eye Moody auf unserer Seite. Ich will euch nur nicht den Tag verderben, erklärte Theresa. Das würdest du, wenn du nicht mitkommst, sagte Winona nur und hakte sich bei Theresa unter, um sie mitzuschleifen. Komm, es geht los. Eine Herrscher aus Schülern strömte auf das kleine Tor zu, welches zu dem Pfad hinunter zum Dorf führte. Sie alle mussten Mr. Filch und Professor McGonagall die unterschriebene Erlaubnis der Eltern vorweisen und erst dann durften sie gehen. Das zog sich eine Weile hin und so stellte sich das frühe Erscheinen im Hof als Fehler heraus, denn alle, die deutlich später kamen, waren fast zeitgleich draußen. Das hatte aber trotzdem etwas Gutes. So rottete sich halb Ravenclaw zusammen und sie gingen gemeinsam den langen Weg. So wurde es nicht langweilig. Einige ältere Mädchen sang sogar am Anfang, was jedoch recht schnell endete, als Ian Hermine Cranger vor ihnen bemerkte. Sie wirkt ein wenig verwirrt, meinte Cassandra mitleidig. Warum ist nicht Harry Potter bei ihr, wenn er doch ihr Freund ist? Alle werden sich jetzt noch mehr das Maul zerreißen. Dann hätte Potter einfach nicht so ein Interview geben sollen, sagte Ian kühl. Das hat er nicht erwähnt, das hat die Kimcon von einem anderen Gryffindor, widersprach Cassandra. Sie ist halt bekannt dafür, solche Sachen herauszufinden. Aber hat sie das Recht, sowas in einem Tagespropheten zu schreiben? fragte Cassandra und schüttelte gleichzeitig entschieden den Kopf. Er ist ja noch minderjährig. Potter dürfte aber auch nicht am Turnier teilnehmen, wenn er schon bei Sachen mitmacht, die nur Erwachsene machen, dann soll er sich nicht wundern, wenn er auch so behandelt wird. Redet ihr von dem blöden Artikel, aus dem Malfoy immer zitiert? fragte Theresa. Ja, genau, das Interview von Rita Kimcorn, antwortete Ian. Und der Artikel ist nicht blöd, nur das, was Malfoy daraus macht. Er ist blöd, mischte sich Alec von der anderen Seite her ein. Ich bin vielleicht nicht der Hellste, aber ich habe noch nie in unserem Alter so reden hören, wie es da geschrieben stand. Na und? Dann hat sie halt alles zu Potters Gunsten ein wenig abgerundet, verteidigte Ian die Star-Reporterin des Tagespropheten. Abrunden kann den Grundgedanken völlig erverzerren, entgegnete Cassandra. So wie es da geschrieben stand, kam Harry wie ein melancholischer, trübsinniger Erwachsener rüber, der das Selbstbewusstsein hat, über sein Inneres zu erzählen. Jetzt sag mal ehrlich, Ian, würdest du Harry so einschätzen, wenn du den Artikel nicht gelesen hättest? Ian zögerte einen Augenblick, wollte etwas dagegen sagen, doch dann wich die Spannung aus seinen Schultern und er lächelte gezwungen. Ich gebe ja zu, eigentlich kann ich die Kimcon nicht leiden und mein Dad erst recht nicht, gab er leise zu. Aber da Potter sich ins Turnier gemogelt hat, gönne ich ihm die Mist ein wenig und im Grunde ist es nicht wichtig. Ach, die Wahrheit ist für eine Tageszeitung nicht wichtig, fragte Winona und hob sofort abwehrend die Hände. Nur ein Scherz, Ian, ich weiß ja, die Wahrheit kommt immer an zweiter Stelle, nach der Auflage natürlich. Du bist zynisch, sagte Ian. Ich glaube an die dritte Macht. Äh, machte Alec ein nicht sonderlich intelligentes Geräusch und sprach damit auch Teresas Gedanken aus. Die dritte Macht, verdrehte Ian die Augen. Noch nie gehört, Regierung, Justiz und freie Presse. Wenn alle drei voneinander unabhängig existieren, kontrollieren sie sich gegenseitig und stellen so sicher, dass keine Seite ein Übergewicht bekommt und der Tagesprophet als größte Zeitung in der Zaubererwelt nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Teresa konnte gerade noch Winona von einer laut geäußerten gegenteiligen Meinung abhalten. Es hatte keinen Zweck, darüber zu streiten. Ian war offensichtlich stolz auf seinen Vater, der beim Propheten arbeitete und jede Kritik würde er nicht auf die Zeitung, sondern als Angriff auf die Person seines Dads sehen. Das war schon immer so gewesen und Ian würde in dieser Sache nicht zurückstecken. Warum also den Jungen wegen etwas auf die Palme bringen, wenn es einen nicht mehr persönlich betraf? Wohin gehen wir zuerst in Hogsmeade? lenkte Teresa ab und dachte gerade noch an ihre Rolle. Ich hab gehört, der Honigtopf wäre ein guter Anfang. Alle waren einverstanden und so begannen sie in dem Laden für Süßigkeiten ihren Ausflug. Teresa war erstaunt, wie viel mehr Spaß es machte als große Gruppe durch Hogsmeade zu toben. Sie kannte zwar alle Läden schon, aber bisher immer nur mit Winona und einer Kapuze über dem Kopf, um das Gesicht zu verdecken. Außerdem gab es heute für die Drittklässler Gratisproben, um, wie Merton es auszudrücken, die neue Kundschaft anzufixen. Und was immer dieses seltsame Wort bedeutete, Teresa kaufte am Ende mehr, als sie geplant hatte und einige Leckereien, die es sonst nie für schmackhaft gehalten hätte. Nur beim Bezahlen hatte sie das ungute Gefühl, dass die Verkäuferin ihr unangenehm viel Aufmerksamkeit schenkte und als dann noch Tarsuin einige Zimt-Honigzigarren kaufte, konnte sie die Erkenntnis in den Augen der Frau sehen. Sie beugte sich lächelnd zu ihnen herunter und flüsterte, »Nehmt doch lieber den Geheimgang, Kinder. Dafür ist er da und er ist sicherer für euch.« »Wenn wir nur wüssten, wo er zu finden ist,« flüsterte Tarsuin verschwörerisch zurück. »Das ist doch ganz einfach. Dies Hügli wächst am falschen Ort, senden noch ne Augen fort. Ihr gebt die anderen Weg, um zu sehen, das Glück, ein Jed wünscht sich zum Honigdorf zurück.« »Und was bedeutet das?« fragte Theresa. »Findet es heraus,« lachte die Frau und richtete sich wieder auf. »Ihr seid doch schlau.« »Mal sehen,« zwinkerte Theresa und sobald sie den Laden verlassen hatten, schrieb sie sich heimlich den extrem schlechten Reim auf. Als nächstes marschierten sie danach zu Zonkos, weil Merton darauf bestand. Theresa konnte sich nicht vorstellen, dass es Filch jemals fertig bringen könnte, in diesen Laden zu gehen, ohne einen Schreikrampf zu bekommen. Alles, was auf der Verbotsliste des Hausmeisters stand, konnte man hier im Angebot finden. Fangzähnige Frisbees, nasszündendes Feuerwerk, Knallfrösche, Schleim- und Stinkbomben, Schreckgespenster, Rechtschreibfedern und so weiter und so fort. Dazu unzählige Schüler, die ohne Bedenken über möglicherweise anwesende Lehrer alles kauften, was man für eine spaßige Zeit brauchte. Oder um Unmengen Regeln zu brechen. Selbst Theresa gestand sich ein, dass sie ewig vor einer Mitschreibefeder stand und sie beinahe kaufte. Doch Merton hielt sie davon zurück. Laut seiner Aussage schrieb die Feder alles mit, egal was, inklusive Gesprächen der Tischnachbarn, irgendwelche Geräusche, die überhaupt keine Worte waren und spätestens nach ein paar Wochen wurde die Verzauberung völlig unzuverlässig und dann wurde aus einem Jahr ein Nein und umgekehrt. Seufzend hatte sie also davon Abstand genommen und tröstete sich damit, dass Herr Tarsuin in Geschichte ihre Mitschreibefeder war. Wo sie gerade bei dem Jungen war, der war in der Spielecke und hing mit seinem Arm tief in einem Regal und schien etwas aus der hinteren Reihe ertasten zu wollen. Kann ich dir helfen? fragte sie ihn. Nee, schon okay, schüttelte er den Kopf. Tiki war nur sauer, dass ich sie im Honigtopf eingebremst habe und hier habe ich mal einen Moment nicht aufgepasst, ich. Tiki tauchte am Ende des Regals auf, nahm Anlauf und sprang in Tarsuins Kapuze, sodass der nach vorn überfiel und einige Spiele aus dem Regal umriss. Herzlichen Dank für die Blamage, Tiki, murmelte er, während Theresa ihm dabei half, die Unordnung zu beseitigen. Tiki schien den Vorwurf nicht zu hören und machte einen auf unschuldig und niedlich. Sie schmuste ihren Kopf gegen Tarsuins Nacken und Hals. Ich weiß ja, sagte Tarsuin, das machen wir dann später. Was will sie denn, erkundigte sich Theresa neugierig. Spielen und, naja, dass ich was kaufe. Aber für einfach sowas kaufen reicht mein Geld nicht. Ich schätze, das muss bis Weihnachten warten. Vielleicht kann ich, bot Theresa an, kommt nicht in Frage, lehnte Tarsuin sofort ab. Ich habe genug Geld, es wäre nur nicht passend, es ohne Anlass auszugeben. Aber vielleicht will ich ihr auch was schenken, jetzt lächelte er verschmitzt. Dann denk dir selber etwas aus, das ist eh mal das schwerste an Weihnachtsgeschenken. Und wenn ich auf das gleiche komme, was du schenkst, versuchte Theresa ihn auszutricksen, dann würde Tiki zweimal das gleiche bekommen. Glaub mir, darüber würde sie sich auch freuen, ging er nicht darauf ein und erst jetzt begriff Theresa, dass Tiki gerade richtig am Betteln war. Gib Ruhe, Tiki, meinte Tarsuin und kraulte seine kleine Freundin hinter den Ohren. Ich kaufe es ja, nur nicht gleich. Sie scheint ihr Geschenk wirklich zu wollen, staunte Theresa. Ich habe sie noch nie so gesehen. Ich, Tarsuin schien sich einen Kommentar zu verkneifen. Sie macht das erst zum zweiten Mal, aber diesmal muss sie sich gedulden. Was wollte sie denn beim ersten Mal, fragte Theresa neugierig. Mitgenommen werden, erwiderte Tarsuin und kraulte Tiki noch intensiver. Damals, als wir mit dem Schiff weiterreisen wollten. Sie sollte eigentlich in den Dschungel zurück, doch sie hat so lange gebettelt, bis Rika uns erlaubt hat, zusammen zu bleiben. Ich habe damals nicht verstanden, was wir Tiki damit antun, aber sie selbst wusste es wohl. Für einen Moment schienen seine Gedanken in schlimmen Zeiten hängen zu bleiben, doch er rieß sich schnell davon los und seine Lippen umspielte ein ehrliches Lächeln. Das bringt Tiki und mich auf eine andere Sache. Schleppen wir die ganze potenzielle Kundschaft hier zu Tante Glen? Das ist keine gute Idee, entgegnete sie und sah die Enttäuschung in seinem Gesicht. Dark Little Secrets ist nicht der richtige Laden für Ravenclaws. Ich habe schon unauffällig ein wenig Anti-Werbung in Slytherin für sie gemacht, damit auch alle hingehen. Doch wenn wir da jetzt auftauchen und die sehen, dass wir Tante Glen kennen, werden sie misstrauisch. Lass uns einfach bis zum Nachmittag warten, dann sind die meisten hoffentlich zurück im Schloss. Aber ich habe einen Schlüssel für die Hintertür, versuchte Tarsin sie zu überzeugen. Und wie willst du die ganze Bande hier in das kleine Hinterzimmer quetschen? fragte Theresa. Und außerdem, warum hat sie dir einen Schlüssel gegeben? Na, für den Fall, dass sie mal nicht da ist, erwiderte er, als wäre ein solches Vertrauen eine Selbstverständlichkeit. Ähm, ja, logisch eigentlich, gab sie Stirnrunzeln zu. Und du hast auch recht, merkte er an. Es würde nichts bringen, die anderen zu ihr zu schleppen, besonders was Merton angeht. Schon hier scheint er den halben Laden aufkaufen zu wollen. Genau, ich glaube, wir sollten ihn aus seinem Kaufrausch befreien, bevor er uns anpumpen muss. Sie haben aber auch das Angebot an die heutigen Besucher angepasst, musste Theresa zugeben. Kaufst du was? Vielleicht. Und was? Nichts von hier. Und wo dann? Bei Dervish und Banks. Was hast du nun wieder vor? erkundigte sich Theresa misstrauisch. Nichts Schlimmes, ehrlich, versicherte er treuherzig und sie glaubte ihm nicht eine Sekunde lang. Kein Ärger, okay? Zumindest nicht ohne mich. Abgemacht. Dann lass uns endlich Merton von den Instant-Schreckgeistern wegholen. Die halten nur ein paar Minuten und kosten deshalb viel zu viel. Immerhin hat er mich auch vor einer Fehlinvestition gewarnt. Es brauchte einiges an Überzeugungskraft, um Merton vor dem Hungertuch zu bewahren. Vor allem die Schreckgespenster hatten sie ihm wirklich angetan. Sie sahen ja durchaus beeindruckend aus und konnten jeden, der damit nicht rechnete, einen heftigen Schreck einjagen. Sie hielten nur viel zu kurz, was auch der Verpackung stand, nur sehr klein natürlich. Erst als Tarsuin versprach, etwas Besseres billiger zu basteln, gab Merton nach. Und so konnten sie ihre Tour fortsetzen, die jedoch zunächst mal Zwischenstationen in den drei Besen machte. Es war zwar ein sehr frühes Mittagessen, doch sie versuchten so, dem großen Drubel zu entgehen, was sinnlos war. Hogsmeade war einfach viel zu klein für mehrere hundert Schüler auf einmal. Trotzdem gab es noch genug freie Tische für alle, auch wenn sich die kleine Gruppe von Ravenclaw's plus Theresa ein wenig zerstreuen musste. Die Gastgeberin, sie wurde allgemein mit Amorismater gerufen, begrüßte sie sehr freundlich und erkannte auch sofort Tarsuin und Theresa wieder. Danach bestellten sie dreimal das Gericht des Tages und etwas zu trinken, wobei Tarsuin sich dem Butterbier verweigerte. Sie hatte das Gefühl, dass Madame Rosmertha sie wegen dem Jungen bevorzugt behandelte. Sie beobachtete alle Tische, doch ihr Essen, jeder ein halbes gegrilltes Hühnchen, wurde zuerst geliefert. Kaum, dass sie den ersten Bissen zu sich genommen hatte, Deine Stiefmutter ist da, murmelte Tarsuin, deutete Richtung Tür und wie befürchtet betrat Patrician Divian die drei Besen. Wie ein Wehrwolf auf der Pier schaute sich die Frau um, erfasste ihre Beute und kam herüber. Theresa verkrampfte sich auf ihrem Stuhl und legte das Hähnchen beiseite. Ganz ruhig, flüsterte Winona. Moody ist da hinten, wir sind hier nicht allein und im Zweifelsfall, das Mädchen zog unterm Tisch ihren Zauberstab, gibt es hier eine kleine Kneipenzauberei. Gute Idee, brachte Theresa zwischen verkrampften Lippen hervor. Sicherlich mehr als nur feindselig schaute sie ihre ehemalige Stiefmutter entgegen. Mit einer geradezu abscheulichen Selbstsicherheit kam Divian zu ihnen, griff sich einfach einen Stuhl von einem benachbarten Tisch und setzte sich Theresa gegenüber. Hallo, Kinder, sagte sie für die Frau. Überrascht, mich zu sehen? Eher angewidert, zischte Winona von der Seite. Wie ich sehe, ist deine Gesellschaft immer noch nicht besser, sagte Patrician mit einem fiesen Seitenblick auf Tarsuin und Winona. Eine Wilde aus den Kolonien und ein Bedlam. Wahrlich eine tolle Jahrmarktmischung. Auch schön, sie wieder zu treffen, kam diesmal Tarsuin Theresa zuvor. Es tut mir leid zu hören, dass sie wieder Unsinn reden können. Ich hoffe, ihr Kiefer tut trotzdem noch ein wenig weh. Man merkt, dass du von Muggeln erzogen wurdest, kleiner Bedlam, säuselte Theresas Stiefmutter. Schon mal was von Heilzaubern gehört? Mir ging es einige Minuten später, so gut wie zuvor. Aber ich bin nicht hier, um mit euch kleinen Gnomen zu streiten. Ich will mit meiner Tochter reden. Du hast keine Tochter, Patrician, fand Theresa endlich ihre Stimme wieder. Vor Gott und dem Gesetz schon, entgegnete die Frau jedoch selbstsicher. Ich habe deinen Vater geheiratet und dich mit seiner Erlaubnis adoptiert. Durch deinen Trick hat man mir nur das Sorgerecht entzogen, meine Stieftochter bist du trotzdem noch. Das mag vielleicht sein, erwiderte Theresa trotzig, aber ich muss nicht mit dir reden, wenn ich das nicht möchte. Ach, nun mal nicht so feindselig. Schließlich bin ich hier, um dich reich zu machen. Ich bin nicht interessiert. Nun warte es doch erst einmal ab, meine Zuckerschnute, sagte Patrician und in diesem Moment kochte die Wut in Theresa richtig hoch. Zuckerschnute hatte sie immer ihr Vater genannt und sie hatte es geliebt, wenn er sie so gerufen hatte. Aus dem Mund ihrer Stiefmutter jedoch war es die Entweihung einer reinen Erinnerung an ihren Vater. Sie hatte davon nicht mehr viele. Tarsiens Hand legte sich auf die Irre und ganz leicht schüttelte er den Kopf. Was bieten und was wollen sie, sagte er mit seiner emotionslosen Stimme. Vernunft, tat Patrician erstaunt. Eine angenehme Abwechslung. Was ich will, wisst ihr. Was ich dir, Theresa, gebe, ist dies. Sie schob einen Zettel über den Tisch. Ich bin nicht, begann Theresa, doch Tarsien drückte ihre Finger schmerzhaft. Die andere Hand ließ er knapp über den Zettel schweben, stutzte kurz und pustete dann das Papier zurück zu Theresa's Stiefmutter. Ich würde solche Tricks unterlassen, solange Mad-Eye Moody uns zuschaut, sagte er mit einem Lächeln, welches ganze Meere hätte gefrieren lassen. Und es verdoppelt den Preis. Übertreib es nicht, warnte Patrician, steckte aber den Zettel ein und schaute sich nach Professor Moody um. Ich denke, 50.000 Galleonen sind eine angemessene Entschädigung. Neben Theresa verschluckte sich Winona. Nett, kommentierte Tarsien unbeeindruckt. Aber das bringt nichts, da wir nicht mehr an die Axt kommen. Theresa kommt ins richtige Verlies und mit genug Geduld, Zeit und Beziehungen kann man auch ein Kristall ohne Schlüssel knacken. Und was würde uns das kosten, fragte Tarsien weiter. Das würden wir auch bezahlen, entgegnete Patrician mit einem säuerlichen Gesichtsausdruck. Sehr schön, vielleicht überlegen wir es uns. Und, wenn sie noch etwas drauflegen. Du bist ein geldgieriger kleiner Bastard, fluchte Patrician jetzt langsam zornig. Ich bin ein rachsüchtiger kleiner Bastard, sagte Tarsien und Theresa mochte ihn so überhaupt nicht. Aber keine Sorge, es geht nicht um mehr Geld. Um was dann, forschte Patrician misstrauisch. Eine Unterschrift oder ein paar. Zumindest würde Theresa es sich sicher eher überlegen, wenn sie die Adoption und sämtliche Ansprüche auf sie aufgeben. Was? Theresas Stiefmutter war halb aufgesprungen. Du Kleiner! Vorsicht, zischte Theresa ihre Stiefmutter an und schenkte dann Tarsuin einen dankbaren Blick. Leider konnte er es nicht sehen, aber allein auf die Idee zu kommen. Beleidige nicht meine Freunde, Patrician. Tarsuin hat recht. Wir überlegen es uns, wenn das mit der Unterschrift klar geht. Und, wenn das der Fall ist, auch die von meinem Stiefvater. Das kann ich nicht allein entscheiden. Wir haben Zeit, meinte Theresa und lächelte kühl. Ein wenig genoss sie plötzlich die Macht, die die Situation ihr bot. Sie hatte etwas, das sie nicht brauchte, aber ein anderer wollte. Ihre Stiefmutter sich winden zu sehen, war ein unglaublich gutes Gefühl. Überleg es dir, Patrician. Das werde ich, sagte ihre Stiefmutter und erhob sich. Wir sehen uns wieder, Kind. Wird sich wohl nicht vermeiden lassen, schickte Theresa ihr eine Beleidigung hinterher und sah erleichtert, wie Patrician sofort die drei Besen verließ. Sie sank auf ihrem Stuhl zurück. Danke für die Hilfe, Ta... Später, sagte er nur, warf hektisch Geld auf den Tisch und zog Theresa von ihrem Stuhl. Was ist los? fragte sie verwirrt. Na hinterher, sagte der Junge. Sie ist zornig, vielleicht lässt sie es raus. Aber... Sie waren schon halb zur Tür hinaus. Winona war etwas voraus und schaute sich um, während Tiki zu ihren Füßen voranflitzte. Du willst doch nicht etwa auf das Angebot eingehen und deine Mutter eine Mörderwaffe überlassen, flüsterte der Junge und ein kleiner Vorwurf in seiner Stimme machte Theresa deutlich, dass er die Wahrheit kannte. Nein, natürlich nicht, behauptete sie trotzdem und schämte sich ein wenig. Sie folgte nun Winona selbstständig und leitete auch Tarsuin, der sich ohne Tiki und außerhalb des Schlosses spürbar unsicher bewegte. Sie folgten Tiki durchs halbe Dorf bis zu einer etwas abgelegenen Kneipe namens Eberkopf. Ein heimlicher Blick durch das Fenster sagte Theresa, dass zum einen ihre Stiefmutter wirklich drin war und sich zum anderen der nicht gerade schöne äußere Anblick drin fortsetzen würde. Wir sollten ein wenig von der Front weg, wenn wir nicht auffallen wollen, blüsterte Winona. Aber nicht auf die rechte Seite, entgegnete Tarsuin grinsend. Da ist das Klofenster. Ich glaube nicht, dass dies beim Schuppen einen Unterschied macht, meinte Winona. Vertrau mir, es macht einen Unterschied, versicherte Tarsuin und so verdrückten sie sich dann nach links. Kannst du was hören? fragte Theresa ihren persönlichen Spion. Nein. Muss wohl ein Zauber drauflegen. Dann wird wohl auch ein Abwehrfluch auf dem Riegel sein, fügte Theresa hinzu. Mist, was ist das hier? Der Treffpunkt der Schwarzen Ringes? Das was? fragte Tarsuin verwirrt. So was wie die Mafia, erklärte Winona kurz angebunden. Nur gibt es die nicht in Wirklichkeit? Gab es wohl, meckerte Theresa, deren Lieblingsbuch davon handelte, wie der Schwarze Ring von London ausgehoben worden war. Später, rief Tarsuin. Zuerst nimmst du mal meinen kleinen Dosenöffner hier und schneidest ein Loch ins Glas. Aber pass auf, dass du nicht den Riegel oder einen Teil von Rahmen erwischst. Wenn das in Hogwarts klappt, dann sicher auch hier. Kein Wunder, das ist zu muggelmäßig, kommentierte Theresa und machte sich an die Arbeit. Berühre bloß nicht die Klinge, warnte Tarsuin. Ja, ist schon klar. Theresa war froh, dass der Eberkopf anscheinend alles andere als beliebt zu sein schien. Sie sah gerade einmal drei Gäste und den Wirt und alle wirkten wie kurz vor dem Einschlafen. Der Wirt zum Beispiel putzte ein Glas mit einem derart schmierigen Tuch, dass dieses immer matter zu werden schien. Ich hoffe, es war vorher wenigstens mal kurz im Wasser, murmelte Theresa bei sich und konzentrierte sich danach wieder auf ihre Arbeit. Das Messer ging durch die Scheibe wie durch Butter und die größte Schwierigkeit war, das herausgestittene Glasstück nicht in den Schankraum fallen zu lassen, denn dann wäre es wohl direkt auf den Rücken ihrer Stiefmutter geprallt. Aber schließlich war sie keine Cassandra und so hatte sie Erfolg. Selbst sie konnte jetzt Geräusche aus dem Eberkopf hören. Sie hockte sich wieder zu den anderen beiden unter den Fenster. Und was jetzt? erkundigte sie sich flüsternd, denn da ihre Stiefmutter allein an ihrem Tisch saß, gab es auch nichts zu hören. Statt einer Antwort zögte Winona ihren Zauberstab, tippte die fünf Finger der linken Hand mit der Spitze an und murmelte etwas. Tarsuin begriff am schnellsten, hob die rechte Hand und flüsterte Gegenstück. Von Winonas Fingern schossen kleine Fäden zu Tarsuins Hand und klebten dort fest. Mit der anderen Hand berührte er nun nacheinander die Fäden in einer zufällig scheinenden Reihenfolge und kreuzte so einige Fäden. Teresa, die endlich begriff, tat es auf ihrer Seite nach und versuchte, sein Muster zu kopieren. Dann lösten sich die Fäden von Winonas Linker und Tarsuins rechter Hand und es war ein neues Muster zwischen Teresa und Tarsuin entstanden. Logisch wäre jetzt normalerweise gewesen, wenn Teresa den nächsten Schritt vorgegeben und Winona übernommen hätte, doch ihr war klar, dass dies so nicht funktionieren konnte. Tarsuin brauchte den Kontakt der Fäden, um spüren zu können, was sein Gegenüber machte und so gab er zweimal das Muster vor, jeweils einmal für die Mädchen und dann nahm er zweimal die Vorgaben von Teresa und Winona ab. Es war so unwirklich. Da hockten sie unter einem Fenster und spielte kleine Mädchenspiele. Das letzte Mal hatte Teresa dies vor mehr als fünf Jahren gemacht und sich schon damals gelangweilt, aber zumindest war es besser, als einfach nur so zu warten. Endlich, erklang nach einer Viertelstunde plötzlich die Stimme ihrer Stiefmutter. So viel Geld zu sammeln dauert, sagte eine kräftige männliche Stimme. Es hätte noch ein wenig Zeit gehabt, entgegnete Patrician. Was bedeutet, fragte ein weiterer Mann, der deutlich älter klang. Dieser kleine Bastard, der immer bei ihr ist, hat sie auf den Gedanken gebracht, die Adoption zu lösen. Und? Ist das nicht ein geringer Preis? Und was soll ich meinem Mann sagen? Er würde einen Grund wissen wollen. Du wirst ihn schon überzeugen. Es ist für die anderen sicher viel schwieriger gewesen, die 50.000 aufzutreiben. Was nutzt es, wenn sie am Ende doch auf stur schaltet? Aber sie weiß, wozu die Axt dient. Gerade sie sollte darauf aus sein, dass sie eingesetzt wird. Das begreift sie nicht und Dumbledore verpestet ihre Gedanken sicher auch noch mit Mitgefühl und Verständnis für diese abscheulichen Kreaturen. Der Tod ihrer Mutter ist einfach zu weit weg für sie. Dann sollten wir über meine Idee noch einmal nachdenken. Ihr zeigen, was das für Bestien sind. Das würde nur für ihren Widerspruchsgeist stärken, sagte Patrician ernst. Ich kenne sie gut genug. Was wir letztes Jahr gemacht haben, hat den Bogen überspannt. Ich habe den Bogen überspannt. Sie wird mir aus Prinzip nichts geben wollen. Und was schlägst du als Alternative vor, Patrician? fragte wieder die ältere Stimme. Wir brauchen etwas, was sie wirklich will. Die Adoption zu lösen, wäre ein guter Anfang. Doch das andere kann ich ihr nicht geben. Dann suchen wir eine dritte Möglichkeit. Vielleicht ist der Junge ein Ansatzpunkt. Wir könnten... Wir sollten so etwas nicht hier besprechen, mischte sich die ältere Stimme ein. Zu viele Ohren. Halten wir einfach fest. Versuch 3 ist gescheitert. Machen wir weiter und hoffen wir, dass wir erfolgreich sind, bevor der dunkle Lord zurück ist und die Riesen erneut in einen Krieg gegen uns führt. Bist du dir da wirklich sicher, Karchas? So sicher, wie man als verfluchter sehr sein kann, Patrician. Du weißt genau, wie sehr ich die Gabe hasse und wie oft ich damit aufs Maul gefallen bin, weil ich zu viel glaubte. Aber diesmal ist es so wie damals, als der dunkle Lord sich anschickte, das Land mit Terror zu reagieren. Kurz bevor er die Riesen in unser Dorf schickte. Aber wirklich, er? Alle sagen, er ist tot. Er, ein anderer, ist das nicht egal. Jeder, der ist wie er und mir solche Träume verursacht, der wird auch die Riesen benutzen. Das sollten wir nicht zu lange warten, schloss Patrician und Geld klimperte auf den Tisch. Sie gehen, flüsterte Tarsuin. Wir müssen hier weg. Geht schon mal vor, befahl Teresa. Sie selbst versuchte, einen Blick auf die beiden Männer zu erhaschen. Das war jedoch nicht wirklich von Erfolg gegrünt. Von einem großen Mann sah sie nur einen langen Zaubererumhang, der wohl rund hundertmal zu oft gewaschen worden war. Er mochte einmal schwarz gewesen sein, aber jetzt war er mehr oder weniger grau. Das einzig Erwähnenswerte, was sie noch an ihm entdeckte, waren dunkelblonde, lockige Haare und ohne die tiefe Stimme hätte Teresa ihn von hinten für eine Frau gehalten. Etwas besser war ihr Blick auf die schwächtige Gestalt neben der Großen und ihrer Stiefmutter. Das Gesicht sah einem Totenkopf sehr ähnlich. Bleiche Haut spannte über Knochen, dünne weiße Haare wuchsen in unregelmäßigen Büscheln überall am Kopf, sogar aus dem rechten Ohr. Irgendwie kam mir das bekannt vor, wie bei einer alten Erinnerung. Der Kopf des Alten zuckte zu ihr und für einen Moment sah Teresa in eisblauer Augen. Kühl, gequält, amüsiert. Sie hielten Teresas fest, doch dann lächelte der Totenkopf und seine Hand machte eine wedelnde Bewegung, so, als sollte sie sich endlich wieder ducken. Das war mehr als nur verwirrend, aber Teresa folgte der Aufforderung. Dann lief sie schnell mit den anderen beiden weg. Und dann lief sie schnell, wie bei einer alten Unterstieg und die Art der Aufforderung. wie bei einer alten Hüte, Hüte. Vielen Dank.